Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Counter-Strike Glauben der Fernseher, zusammen mit Hello Hallo Und einem Japsen, Miau Oh scheiße Und einem Asia, Entschuldigung Der ist mir rausgerutscht Das fand ich jetzt schon ein bisschen lustig Oho, Wackenheader Ey, 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 komm an, ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Alter, hat der einen Header gefressen, ey Helft mir mal Ja, ich komm main Oh, die sind schon auf Spot, sag das doch Ja Windleuchter, Windleuchter, Windleuchter Windleuchter Alter, Alter, ich rede dich, ich hab 16 Aprile und du musst machen Easy Easy Nice Eila, das war ein sicker Header Wäre ich jetzt ein Scroll, würde ich die Szene rausschneiden und extra hochladen Alright Ey, ey Ey, der Japsen Ach komm, so ein Versprecher passiert hier immer Ja, auf jeden Fall Rassismus aktiviert Jo, ist vor allem chinesisch glaub ich und nicht japanisch Verdammt Kann ich echt nicht sagen Jo, lass mich so, du um mich gehen Ja, ist ja gut, du Pussy, ich komm ja dann zu dir. Noch einer, noch einer. Von wem? Oh nein, Waffe leer! Ja, dann wechselst du dich, du. Ich komm ja, ich komm ja. Ich hab dich gerettet. Wie ich aufräume, Alter! Alter, ich steh 6-0. Ey, 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 hör auf, Junge! Motherfucker! Alter, Sascha, not bad. Farta Maja, 3-2-1. 3-B, äh, 3-A, please. 3! Warum 3-A? Ich wollte dir gerade was sagen, aber ich lass es dir. Du war okay. Ich muss grad sagen. Ich bin nur der Support, Sascha, du machst die Kills. Deine Runde. Ah, ich zwitsch immer. Ich auch. Off-camera wirst du bei, mein Freund! Die Bombe ist dann zurück zum Tee-Spawn gegangen. Boah, ob das ne gute Idee ist, dass ich die AK genommen hab? Ist ja nicht so, dass ich das gesagt habe. Ah, die Schnauze. Oh, sicker Headshot hier. Oh, ist richtig abverkackt. Ich hab hier nur 61 damit gemacht. Good job. Ah, traurig. Noob. Ne, ich hätte nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Oh, da in der Ecke hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht mit dem gerechnet, aber... Das ist so ein Spot, da denkt man irgendwie nicht dran. Ja. Ah, wir haben ne AWE, oder? Ne, wir haben keine AWE. Soll ich AWE spielen? Oh, ne. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich würde dich rausflashen, wenn du Bock hast. Nö, alles cool. Kürgel. Voll geblowet mit mir nach B. Laying down smoke. Flashed middle. Los tun, A. B. Die B. Das scheint A zu sein. Warte noch. Ja ok. Auf jeden Fall irgendwas A. Ok, EY. Ja, Bombe ist rein. Coming. Tuck, sicker Header. Guck mal bitte in der Mitte, guck mal Mitte, ich hab gerade Steps gehört hinter mich. Ja, warte, ich komm noch! Ich bin sicher, dass du Steps gehört hast, bitte. Irgendwo vielleicht was auf Main. Ich war von CT. Loll! Door. CT, CT, CT! WTF? Von Door! Sicher. Ziemlich. Alter, ich mach das voll verwirrt, ey. Alter, ich mach das voll verwirrt, ey. Alter, ich mach das echt verwirrende Calls. Ja, ich... Warum verwirrt gerade? CT, ich drehe mich um. Oh, komm Schüsse von hinten. Hä? Wo soll ich jetzt hinkucken? Nein, ich hab nen Diffuser dabei. Oh, ich will den droppen. Geht leider. Wow. Drop den Diffuser. Drop the Buzz. The Buzz? The Buzz. B-U-Z-Z. Aber hallo. Oder Buzz Lightyear. Den sowieso. Ja, danke du Wichser. Ey, das war die perfekte Flashbang. Das war die perfekte Flashbang, die langen halben Meter vor meiner Nase. Da ist einer. Da ist einer. Als ob! Da war einer. Ja, ich hab ihn auch getroffen, aber da hat nur sein Kopf rausgeguckt. Wie? At least one guy. Maybe we. Okay. One to me. Oh ja. Das ist fast gut geschossen. Und I'm waiting. Ja, komm, die Flash. Die Flash! I'm waiting. 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 Geh! Geh! Was ist los? Hab ich was verpasst? Der Blau schmeißt in der Mitte eine Flashbang und er hat Mitten rein. Ey, der hat nichts mehr gesehen. Wohin rennen die jetzt? Goi, goi. Okay. Ne, die sind der B-Seite. Ja, ich hab mich auch gewundert, wenn die auf A sind. Ja, ich hab mich auch gewundert, wenn die auf A sind. Wir haben keine Aave, dann guck ich jetzt mal Aave-Mitte. Okay. Warum ist das eigentlich schon wieder eine Beleidigung, wenn man Japser sagt? Eigentlich mal so als Frage. Ja, es ist ja eigentlich ein Asiater halt. Ja, aber weißt du, Japser ist halt eigentlich so... Ich weiß noch. Es ist so stereo. Ja, obwohl ich bin mir da nicht mal sicher, ob das inzwischen schon als Stereotyp. Das ist halt rassistisch. Oh, Flash in der Mitte. Das ist genauso wie, ähm, ich hab dir das ja erzählt, dass ich da am Schäferlauf mitgelaufen bin, als Zigeuner. Und wir dürfen uns nicht mehr Zigeuner nennen. Unsere, unsere Festzugsgruppe. Mega dumm eigentlich, aber... Wir heißen jetzt anders. Irgendwie, Leute. Fangt eine Diskussion an, was ist bitte rassistlos und was nicht? Meine A. Hast du Mitte geguckt zwischen den Mann? Na, alter, ist ja gar nix mehr. Ich guck Mitte. Alles klar? Ich mein's bis jetzt. Die Bomme habt ihr noch nicht gesehen? GG. Nee, dann ist er wahrscheinlich auf B gegangen. Nee, gar nicht. Nice. Gut Job, Guys. Alter, ich seh gar niemanden mehr. Und der... Der... Alter, 14-2! Ja, sicher! Und ich dachte, ich hab nen guten Tag. Ja, jetzt werden wir mal gecarried, Sascha. Du. No Curva 81 W3. Du wirst gecarried, Scroll. Sag dir derjenige, den ich schon seit Golden Over 1 hochziehe. Ach sooo! Ist halt echt so. Pfff! Okay, Blau, rush mal wieder. Wenn er stirbt, dann ist es B. Mill is clear. Schießt du auf mich? Nein! Erzähl nicht! Echt nicht! Du hast mit der Pistin auf mich geschossen! Locker! Hey, Rob nicht! Das glaub ich ja nicht. Scroll, hör auf mit dem Scheiß, Mann. Warte, Mann. Er geht zur Bombe? Junge, wenn wir nur wüssten, wo die Bombe wär. Wow. Wo? Ja, bei der Dora irgendwo. Ja, da. Da, da, da. Du bist gar nicht nieder. Der geht aufs Bot, nehm ich mal an. Ja, und dein... Unser Mail bleibt stehen. Gut. Nice. Sehr gut. Zwei Runde mit der Awe gespielt. Ah doch, ich hab nen Kill mit der Awe geholt. Das ist einfach nicht gut. Zwei Runde mit der Awe gespielt, ein Kill geholt. Yeah, well played. Die waren halt alle schon tot immer, wenn ich an den Spots ankam. Ja, ist halt echt so irgendwie... Ich krieg gerade auch keine Kills mehr da irgendwie dran. Mega deprimierend. Die kommen halt irgendwie nicht mehr auf B. Ich weiß nicht warum. Hm. Jetzt geh ich mit der M4 Mitte. Ja, ist gut. Hab ich vorhin auch gemacht. Das ist auch geil. Okay, B, 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 B. Verschied. Bombombi, Bombombi. Ich smoke sie weg. Ne, dann kannst du ja mit der Bombe wegrennen. Hier sollen sie halt wegrennen. Wohin sollen sie denn rennen bitte? Sie können nur nach hinten rennen. Ja, ist doch alles cool. Mitte war auch einer. Fuck! Noch einer. Ah, will ganz hinten T spawnen. Ob, ob. Bleu, watch out. Okay, good job. Läuft. Jo, läuft. Ehrlich mal gesagt. Ich krieg keine Kills mehr. Oh, Sascha, du droppst du mir was? Ich hab kein Geld. Jawoll, ich dropp dir was. Na gut. Den sicken Headshot. Okay. Oh, wie lustig du bist. Land, get me done. Oh, ich mach mal schön nach Gang hier. Grenade out. Bear Maid. Das ist gut. Du wichser. Throw in Flashbang. Throw in Flashbang. Flushbang. Flushbang. Grenade out. Biest hier. Ich hab dir wirklich mit ner Flashback, ich hab die auf dich geworben. Das tut mir leid. Eigentlich wollte ich sie vor durchwerfen. Gehst du durch Main durch? Jo. Ja, einer ist auf jeden Fall Connected. Einer ist auf jeden Fall Squeaky gewesen. Zwei Squeaky. Drei Squeaky. Warte, diese Flash ist manchmal von den Mates. Jo. Lolo. Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Ich hab die auch noch getroffen, du. Ich hab mich ein wenig gewundert. Ich lass mir das nicht mehr gefallen hier. Junge. Jo. Oh. Hinter der Tür. Wie? Wie? Was? Ich hab ihn hundertprozentig getroffen. Was für ein Monster. Alter. Alter, sind ein paar viele hier. Mach einer rechts. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Musst du mal nachladen. Wo ist der hingelaufen? Der müsste links an der Ecke stehen. Theo, bittesch. Oder da. Halt's ab! 94! B. One guy on B with six HP. Watch out, he has a Negev, I think. A Negev, yep. Fuckin' motherfucker. Nice. Ja. Last guy's six HP. Die Bombe daueron? Ja. Oh, da hat die Waffe gewechselt. Der hat freiwillig die Negev geworfen. Waaas? Grenade out! Der Tempo-Clan, alter. Ja, bei dem du läuft. Genau. Äh... Jack-Kurra! Ist das ein klingonischer Kampfschrei? Boah, wie die Leute sich manchmal aufreden können. Alter, wir führen 10. Null, merke ich gerade mal. Halt die Schnauze, Sascha! Halt die Schnauze, Sascha! Halt die Sch... Ja, ja, okay. Geh' ich mal mit A. Never say this again. Flashbang von unserem... Flashbang! Throw in Flashbang! Grenade out! Incendiary out! Deploying Flashbang! Wie viele Nades hatten der noch? Schießt ihr wirklich auf was, oder? Also ich nicht. Aber bei uns geht nichts. Hier auch nicht. Ich glaube, die sind am T-Spawn. Ja, dann lass einfach warten. Wir haben Zeit. Wir müssen die Bombe nicht platzieren. Haben sie ja schon aufgegeben. Oh, auf dem Van. Beim T-Spawn. Auf dem Van hat T-Spawn. Oh mein Gott, und da drückt man noch einen Header. E-Spawn-Camping ist natürlich... echt... barbellhaft. Naja. Es kommen alle angerannt. Da vorne waren sie. Einer Slow 26 noch. Ja, gut. 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 Sehr gut Sprawl. Mann. Ich treffe ihn überhaupt nicht. Du schießt doch voll daneben. Der ist tot. Das war mal richtig scheiße von dir. Das war unfool. Ach, die haben einen Turm da gemacht. Der Typ war mal, weiß ich nicht, was für ein Rang, hä? Ja, aber nicht mit der Rang. Triff dich mal ein stillstehenden. Ich spiel voll gerne mit der M4, Mama. Ja. Ja, im Nahkampf, ja. Ja. Der Kampf ist dein M4 besser, das weiß ich. Laying down smoke. Deploying flashbang. Ich schieße überhaupt nicht auf dich, du Vogel. Nein. Ach. 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 Alter, boah. Das ist wieder so ein Spiel, ey. Okay. Bitte lasst es unser Uprank-Game sein. Bitte lasst es unser Uprank-Game sein. Oh, ich würde dich so feiern. Oh. Oh, war kein Kopf. Leute, das war ein Kopf. Oh mein Gott. Woah. Oh. 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 Oh, ich treff den nicht. 44 habe ich ihm nur gedrückt. Knife! Knife! Boah, ich hab Mistes bekommen, sehr gut. Also hast du ihn überhaupt nicht getroffen, oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Boah, dann warum trollen wir jetzt eigentlich rein? Keine Ahnung, wir fühlen uns blöd. Ich weiß nicht, ob ich die Schrottflinte nehmen soll wieder. Alter, er braucht einen Drop, ernsthaft? Ne, Schrottflinte oder nicht? Nein, Mann. Dafür sind sie zu gut. Guck dir doch mal den Clan an. 312, 312, 412, 512. Das ist fast gefährlich. Boah, das ist so eine große Fresse. Sonst bin ich, ist das meine KT? Ja, das ist richtig. Hier pushen sie so ein bisschen bei mir. Alles klar. Kommt der denn her? Das sind halt echt deine Stuts. Fick dich. Ey, das ist doch leider echt so, Sascha. Irgendwann bist du auf A. Die waren T-Spawn und B-Seite. Ich bin halt durchgelaufen. Warum denn nicht? Das sind keine Steps von Mates. Das hättest du mir ein bisschen früher sagen sollen. Du kannst doch wohl einmal kurz nach oben links gucken. Hä, wie sind die gekommen? Die müssten ja über Dinge laufen sein. Ja, vermutlich haben sie B gepusht, nehme ich mal ganz stark an. Nee, 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 nee. Der ist ja von A gekommen. Von A. Ja. Sind über B, über CT nach A. Vielleicht sind sie auch einfach in Main reingelaufen. Du bist doch durch Main gegangen oder nicht? Nö, nö. Squeaky. Was ist denn? Oh, der war schön. Alter, da steht 14-3, der ist gar nicht mal. Gar nicht mal so schlecht, du! Ja, oh Sascha, wir stehen, ich stehe 11-5. Das war nicht gut. Nein, lass dich jetzt nicht die Runde holen. Come on, mate. Don't give them the round. GG. That's what I'm talking. Behind you, I think. Yeah. Just run. Ten seconds. Okay, dann face ihn. Oh man. Das ist jetzt verkackt, ne? GG! Wow. Honor Rover. Wow. Deprimierend. Können wir den kicken? Let's go! Ich glaube ich bin necgef. Ich glaube ich bin necgef. T-spawn, T-spawn, T-spawn. Oh, Awe! Ich habe ihm sogar noch einen Hit gegeben. Ich sterbe gerade irgendwie ziemlich schnell, habe ich so das Gefühl. Oh, Bombe down auf A. Ja, Awe da, pass auf. Okay, nicht mehr. Pass auf, jetzt guckt er in die Mitte rein, dann gibt er den Sixten Headshot. 360, no scope. Über Kopf. Bitte knife ihn doch! Oh, Go! Oh, das war ja schon fast traurig. Ja, knife ist nicht so meins, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hättest ihn getasert. Hatte keinen. Ich hoffe mir jetzt einen Taser. Oh, das letzte Runde, ne? Gut, jetzt habe ich viel zu viel Equipment, als wenn ich jetzt mal ne richtige Waffe finde. Ja, das war mir halt auch so. 1A, bitte. 1A, bitte. 1A, bitte. Okay. Einer push mich bitte weg! Ja. 1A push mit. High way now. Okay. Das war nicht so gut von mir. Hätt ich mal anders machen sollen. Nee, du. B1 ist auf jeden Fall irgendwie B noch. Mitte. Alles klar, schicker Shot. Einer 2024. Hän. 1A. Geht ihr auf A oder? 2A. 1A? 1A? 1A-Hä. 1A? 2A? 5A? 1A? 1A? 3A? Der hat eine Aave. Ich weiß! Face ihn doch nicht, geh doch einfach zum Defuse! Und du bist tot. Leute, es sind noch zwei Gegner! Ja richtig, den Maid habe ich jetzt erst gesehen auf der Karte. Das war kein nice try, das war mega behindert. Leute, ich habe nicht mehr bekommen, dass es noch zwei Gegner waren. Ja, ich habe das auch erst gesehen, als ich auf der Karte das zwei Fragezeichen gesehen habe. Aber ich habe mir gedacht, jetzt ist es eh schon zu spät. Ja, ich habe es erst gemerkt, als er den Molotov halt da hinten in die Ecke geworfen hat. Bist du eigentlich bescheuert? Nein, nein, das war schon... Gut, Huffle! Gut, Huffle! Ah, warum kann man noch keine Ding kaufen? Tock! Tock, 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 Tock . Alles klar, lass uns A gehen! Komm, jetzt zeigen wir denen, wie man TikTok spielt. TikTok, unsere Glock! Komplette Paarlinger Mischoff, all right Meiner What the fuck Ihr aufs Spot, du Nuller Oh, einer CT Eins, ob du dich triffst Einer kommt, Ding Was ist Ding? Ah Oh, nee, das ist aber gar nicht gut Mach langsam, mach langsam Habt den ein Ja, er geht wieder zurück ein Stück Ich glaube, die helfen sich ruhig, zack Naja, passt Alles safe Don't push Da kommt, ich glaube ich Yo Oh Ich bin noch ein bisschen auf Zeit Ich bin noch ein bisschen auf Zeit Hahaha, da wollte er nicht nifen Ich glaube, die Bombe wird auch explodieren Obwohl Alles klar, ich hab einen Kill gemacht Und ich hab die meisten Eliminierungen Easy Ja, ich hab auch einen Kill gemacht Aber hast du den MVP-Stand? Hä? 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 Ich weiß nicht, du hast die Bombe geplantet Nö Ich hatte die Bombe nicht, ich hab die Bombe jetzt Wir müssen gewinnen Alles klar, da kauf sich erstmal AK Leute, auf einer Gabel stoppt, den hab ich vollkommen ignoriert Um, has been planned Tukar 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 Loll, Alter Der gibt nämlich LOLL 7-1-Hit Ich hab ihm 91 gedrückt Halt's auf den mal zurück Ich hab ihm 91 nur gedrückt mit meiner wunderschönen Schrotflinte Mit deinem Skin, Sascha Ja man, geil Ja komm, letzte Runde Schrotflinte oder Novakoy oder Soll ich deinen Skin nochmal probieren? No, warte Nie Komm Mit Trey Mit Trey Alles klar Seid ihr Noobs, Alter Nur AKs Ja, und sie lassen mich natürlich vorgehen für die Mitte Alles klar, Leroy Jenkins ey Richtig Leroy Jenkins Ich bin geflasht Du machst es gel Ok, alles Für 4 Leute in der letzten Runde weggeholt Oh wow, ich hab so'n wunderschönen Skin schon wieder gekriegt Und dadurch noch auf ne 2er KD gekommen, alles klar, easy. Geht's jetzt, Sascha, dein erstes 2er KD seit langem. Fick dich. Seit ungefähr 100 Spiel. Ja, fick dich. Ne, meine letzte Runde konnte ich leider nicht aufnehmen, die war noch sicker. Naja, jetzt erzählt er wieder. Jetzt erzählt er wieder sein Schmarrer. Ja, ja. Runde auf Mirage, wo Scrawley richtig scheiße war. Ich war überhaupt nicht scheiße. Natürlich warst du kacke. Überhaupt nicht. Positive KD. Ich war niemals so scheiße wie du. Ach so. Darum war ich immer bester. Nein, nein. Ich hatte eine positive KD. Aber ich war insgesamt niemals so scheiße wie du. Ach so. Oh. Willkommen. So, liebe Leute. Das war Neugrunde CSGO. Wir danken für uns fürs Zusehen. Schau bei Scrawley vorbei. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein. Bis die Tage. Tschüss.